Ich bin die Kobel Krestl und wohne in Luftenberg. Ich bin geboren da in Katzdorf und die Kade bin ich darauf aufmerksam geworden. Vor mindestens 30 Jahren, würde ich mal sagen, war ich herinnen bei meinen Eltern und dann war ich in Lungitz da beim Teuschloss eine Ausstellung über alte Sachen und da hat er die Kade ausgestellt und habe da ein Buch darüber gehabt und dann haben wir, glaube ich, vielleicht ein oder zwei Jahre später mal nach Schladmen gefahren und da haben sie beim Lodenwolker eine Ausstellung über die Kade, also Ausstellungsbilder und das ist sehr interessant, wie das bearbeitet worden ist mit der Kade, also da wird die ganze Erzeugung über diese Naturkade gelaufen. Ja, die Kade verwende ich eigentlich nur mehr für Gestecke oder für Allerheiligen, für die Gräber. Warum sich? dod, genau Untertitelung des ZDF für funk, 2017